Hallo liebe Wiederfreunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Hier ist euer persönliches Monatsphoroskop für den Februar 2024. Die Sterne haben wieder einiges für euch bereit, also lasst uns gemeinsam einen Blick darauf werfen, welche aufregenden Ereignisse und Chancen in den Bereichen Liebe, Karriere und Gesundheit auf euch zukommen. Lasst uns ohne weitere Verzögerung in die faszinierende Welt der Sterne eintauchen. Venus verleiht Ihnen, liebe Witter, eine unwiderstehliche Ausstrahlung. Ab dem 16. Februar umgarnt Liebesplanet Venus sie zärtlich. Dies bedeutet, dass sie nach der Arbeit spielend leicht zu einem bezaubernden Wesen werden und das andere Geschlecht verzaubern. Eine herrliche Zeit erwartet besonders diejenigen von Ihnen, die derzeit Single sind. In Beziehungen vertieft sich das Gefühl, eine starke Gemeinschaft zu bilden, die allen Herausforderungen standhält. Beruflich ist es eher ruhig, so dass sie sich voll und ganz auf die Liebe konzentrieren können. Es könnte im Februar sein, dass nicht jedes berufliche Projekt beim ersten Versuch gelingt. Doch hinterher zeigt sich oft, dass es gute Gründe dafür gibt. Manchmal ist es einfach nur wichtig, auf den richtigen Zeitpunkt zu warten. Ab dem 5. verleiht Ihnen Merkur die Fähigkeit, auf Details zu achten und dennoch den Gesamtüberblick zu behalten. So sind Sie stets bestens vorbereitet, wenn es darauf ankommt. Hinter steifen Gelenken verbergen sich manchmal Krankheiten wie Arthrose, Arthritis oder Weichteilrheuma. Es ist gut möglich, dass Sie in diesem Monat öfter mal mit Gelenkbeschwerden zu tun haben. Ein Tipp für die Mondeinflüsse. Entlasten Sie Ihre Gelenke am besten durch, falls erforderlich, Gewichtsabnahme, Wassergymnastik und Schwimmen. Auch Radfahren und ausgedehnte Spaziergänge können eine Wohltat für Ihre Gelenke sein. Die besten Mondzeiten für Ihre Gesundheit sind der 12., der 13. und der 27. Das sind die Einblicke in Euer Monatshoroskop für Februar, liebe Wetter. Ich hoffe, ihr habt wertvolle Informationen gewonnen und seid bereit, die kommenden Herausforderungen und Glücksmomente anzunehmen. Denkt daran, euer Schicksal liegt in euren Händen, aber die Sterne können uns den Weg weisen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da und teilt eure Erfahrungen. Bleibt gesund, glücklich und voller Liebe. Bis zum nächsten Mal und mögen die Sterne immer in euren Favoriten stehen.